hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video leute ist nur ein ganz 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 kleines video und zwar nur ein kleines ankündigungs video und zwar heute um 18 uhr ich habe jetzt es ist jetzt mittlerweile 2 und danach soll ich das video aufnehmen heute um 18 uhr kommen die formel 1 autos in den rocket league item shop deswegen leute ich werde natürlich stream schon super gerne beim stream vorbei aber ganz ganz wichtige ankündigung jeder der sich den vor etwas sehr sich dieses ganze formel 1 paket das wird wieder 2000 kredits kosten erst mal wie immer genauso wie das nesca pack oder genauso wie das lamborghini auto zu wieder 2000 kredits kosten da werden dann alle alle die kids mit drin sein aber alle anderen infos erfahrt ihr dann auch im stream aber ganz wichtig leute jeder der sich den gönnt mit dem trader code flash talks yt ganz ganz wichtig und mich dann dann davon ein video mir bei insta schickt nimmt automatisch einen giveaway teil und zwar werden wir an alle leute die teilnehmen einen fennig raushauen deswegen leute nehmt einfach sehr gerne teil das einzige was ihr mal dafür machen müsst wenn ihr euch den e kaufen wollt einfach noch meinen creator code eingeben und das dann ganz nur noch film und über insta schicken und dann habt ihr die chance auf ein fennig ganz ganz easy leute danke danke geht raus für euren ganzen support kurs 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 ich wünsche euch eine wunderschöne nacht falls es jetzt morgen morgens früh schaut guten morgen erst mal und ich hoffe wir sehen uns im stream ich werde wahrscheinlich so gegen 14 uhr den stream anmachen let's go bis später